Hallo liebe Freunde, willkommen beim nächsten Let's Info-Teil und diesmal habe ich eine kleine Ansage vor euch. Es gibt mal wieder einen Livestream und zwar dieses Mal hier exklusiv nur auf YouTube. Ja, mit den anderen Webseiten, wo man Livestreams machen kann, die ich gefunden habe, hat es nicht so gut geklappt. Leider. Also habe ich mir gedacht, mache ich es mit Google. Einen kleinen Test hatte ich auch schon gemacht, also es funktioniert ziemlich gut. Ja, Livestream kommt am Montag, den 24. um 11 Uhr. Ich hoffe, da seid ihr schon wach, aber vermutlich nicht. Aber man kann es ja auch nachgucken. Und was werde ich spielen? Ähm, okay. Hm, das ist mir neu. Naja. Was werde ich spielen? Ähm, sehr wahrscheinlich Minecraft, mein Lieblingspiel. Und, 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 ja, vielleicht auch ein bisschen MW2 oder MW3 oder Black Ops. MW3 vermutlich. Und, ja, mal gucken, wozu ich gerade Lust habe. Spiele könnt ihr mir auch vorschlagen, also... Zur Verfügung habe ich MW2, MW3, Minecraft, Harry Potter und der Ordner des Phoenix und Harry Potter und... ...der Heilblutprinz, glaube ich. Ja, der Heilblutprinz. Ähm, na gut, die anderen Spiele, die ich so gerade griffbereit habe, werden euch wahrscheinlich nicht so interessieren. Maticus oder Physikus? Vermutlich nicht. Ähm, mein nächstes Let's Play habe ich mir auch schon ein Spiel ausgesucht. Aber, was ist es? Verrate ich natürlich noch nicht, wir euch noch die Spannung verderben. Ja. Also, zum Zocken im Livestream könnt ihr mir auch gerne kostenlose Spiele... ...vorschlagen. Ich werde mal gucken... ...was sich da machen lässt. Hauptsache, es sind nicht einfach nur Ballerspiele, wo man gegen andere kämpft und... ...dann immer kommt... ...Boom, Headshot, Boom, Headshot. Mag ich ehrlich gesagt nicht so. Besonders als Livestream oder Let's Play oder was auch immer. So privat eigentlich ganz nett, aber... YouTube eher nicht. Und bei meinem Let's Play Star Trek Voyager Elite Wars sind wir mittlerweile im Teil... ...10. Ja, machen wir weg hier. Thumbnails habe ich noch nicht. Die kommen erst im nächsten Let's Play. Ich bin ja noch relativ neu. Aber relativ, sehr relativ. Eigentlich finde ich meinen Kanal-Design ziemlich schön. Den Hintergrund. Hm? Und... Eigentlich habe ich nichts weiter anzusagen. Außer... ...kommentiert, abonniert, liked und haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!